Musik Heute zeige ich euch eine der beiden aktuellen 20 Euro Münzen aus Deutschland und zwar 900 Jahre Freiburg Zunächst die Frage um welches Freiburg handelt es sich Es handelt sich um das Freiburg im Preisgau Also sind wir im schönen Baden-Württemberg genauer gesagt im Schwarzwald unterwegs Die Stadt Freiburg im Preisgau erhielt im Jahr 1120 durch Konrad von Zeringen das Marktrecht und wurde im Laufe der Zeit zu einer Universitäts- und Forschungsstadt Im Jahr 1457 wurde dann die Albert-Ludwigs-Universität gegründet Heute ist Freiburg mit seinen ca. 230.000 Einwohnern die südlichste Großstadt Deutschlands mit einer wunderschönen Altstadt mit dem bekannten gotischen Münster mit seinem 116 Meter hohen Turm und mit den ebenfalls sehr bekannten vielen kleinen Bächen die sich durch die Altstadt ziehen und diese im Sommer wirklich sehr angenehm machen Ich war vor vielen Jahren selbst in Freiburg gewesen genauer gesagt gleich zweimal und ich kann es wirklich nur empfehlen zumindest damals war es eine sehr schöne Stadt Kommen wir zum Design der Münze Mir persönlich gefällt es recht gut Es ist eher klassisch angehaucht so wie ich es mir bei vielen Themen wünschen würde Zu sehen ist unter anderem das Freiburger Münster das historische Kaufhaus und das Martinstor also auch insgesamt viele Aspekte Freiburgs werden versucht darzustellen auch wenn man natürlich nicht alle darstellen kann denn das wäre schlichtweg einfach unmöglich Der Entwurf der Münze stammt von Bastian Prillwitz geprägt wird die Münze in Karlsruhe trägt also das Münzzeichen G Die Münze hat die üblichen Daten besteht aus 925er Silber hat ein Gewicht von 18 Gramm und einen Durchmesser von 32,5 Millimetern Die Randschrift der Münze lautet Der Bürgerwohl sei oberstes Gesetz Eine Randschrift die man sich heute wohl mehr denn je wieder auf die Fahnen schreiben sollte Es wäre nur zu wünschen dass das mal wieder in die Köpfe der Machthabenden eindringt Das soll es auch gewesen sein für die heutige Präsentation Ich hoffe das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Bis dahin vielen Dank fürs Zusehen Tschüss Tschüss Tschüss